Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Die Transportlogistik ist natürlich eine Leitmesse. Wir als große Anbieter für Tankkarten und für die Mautabrechnung sind natürlich daran interessiert, auch hier uns zu präsentieren und unsere neuesten Produkte und Innovationen zu zeigen. Wir sind mit der Aral-Mautbox auch hier am Stand vertreten. Das ist eine Eats-Box, wo Sie wirklich fast komplett Europa mit einer Box abdecken können. Das ersetzt verschiedene Boxen. Sie haben verschiedene Techniken in verschiedenen Ländern, wo Sie verschiedene Boxen heute haben. Das wird direkt ersetzt. Seit Mitte April sind wir auch in Deutschland, ersetzt dann die sogenannte OBU, die Torcollect-Box und hat natürlich den Vorteil, Sie haben weniger Boxen in der Windschutzscheibe und es ist selbsterklärend. Es ist für den Fahrer wirklich einfach zu bedienen, für den Football-Gleiter einfach zu bedienen. Und Sie können damit natürlich auch Kosten einsparen. Sie können Kautionen wirklich verhindern. Sie können dementsprechend auch verschiedene Länder direkt mit einer Box abdecken. Und das ist einfach der große Vorteil. Was ist der Vorteil? Was ist der Vorteil?